weiter geht es mit unseren unterstützern und dieses mal nämlich lieutenant morales weil sie ist nämlich arzt und ich mag die eigentlich nachdem ich ja letztens irgendwie mal so eine match jemand hatte der gesagt hat lieutenant morales finde ich eigentlich kacke möchte ich mir sich selber noch mal angucken und sagen nee die ist nicht kacke ich bin davon überzeugt ich finde die cool man muss halt darauf achten dass man das healing nicht die ganze zeit raushaut und die ganze zeit oms man muss halt dass das heilen auch wieder abstellen das ist das einzige worauf man achten muss ansonsten ist die geil mit ihrem passiven hier auch ich finde gut ich finde die gut wir sind richtig fetter halber da hat man sonst wenig finde ich weiß ich nicht bin von einem von einem high output sage ich mal der anderen da ist eigentlich nur noch dann uto vorne mit dabei den ich eventuell dann in der dritten runde spiele bin ich eine gute idee der herr lichtbringer jetzt habe ich aber gar nicht auf das team beachtet und deswegen gehe ich nämlich zu haben wir wir haben keinen mili kein mili dann bleibe ich bei tasa da oder zaga ich weiß nicht wie zaga also da ich gehe zu zaga ich die zaga unterstützen schon mal schön ein bisschen schaden machen alles easy eigentlich dafür muss kein schaden bekommen dann heile ich mich jetzt selber und dann ist das alles gut das ist alles das ist alles easy ja genau wir haben leben zu retten so ist das was den in den gefeuert wie geil war das war dann murky so einfach kann es was möchte stehe ich einfach doof rum möchtest du das wirklich und da ist möglich wieder tod so einfach kann es gehen so einfach kann es gehen eigentlich gar nicht stehen oder ist das geil ist das geil das läuft doch ich weiß es noch nicht ja mal den erstmal ein bisschen mehr bisschen mehr überleben kleine ruckler ich hoffe mal ganz stark dass die aufladen läuft das zeigt das zeigt mir zwar die software an dass es noch läuft aber das hat leider immer nicht so viel zu sagen ja so akarn bestrafen so akarn bestrafen keine ahnung was bist du könnte nur ein pf als auch okay pf pf oh gott ist geht auf Wie geil. Ist das nicht schön. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel, ich mag die Charaktere, ich mag die Sprüche, alles super gut. Oh, baff, 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 baff. Ähm, ja. Puff. Puff. Äh, da haben wir doch ein bisschen Schaden gemacht, ein bisschen Druck aufgebaut, oder? Würde ich sagen. Ey, 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 ey. So nicht, Freunde. Oh, Mist. Hm. Ja. Mach mal das. Puff. Tschüss. So. Ja, also ich finde, das läuft gut, soweit. Ähm. Warum geht Chargara jetzt nicht mit? Weiß die selber, glaube ich, nicht. Puff. Komm. Stirb, Tower. Stirb. 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 Puff. 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 Ich mache die Creep Wave noch und dann gehe ich los. Das ist aber nicht nett. Wer ist Azurus? Raynor. Na gut. So. Und ab aufs Pony und hoch. Oh. Na? Rayman? Möchtest du wegkommen? Schaffst du nicht. Hehehehehe. Hehehehehe. Bin ich gut. Sylvanas ein bisschen heilen. Raynor ein bisschen heilen. Ich schaff's nicht Raynor zu heilen. Ich hab's auch nicht geschafft sie zu heilen. Ich heil Tazada. Ungeil. Was macht ihr denn? Leute. Was macht ihr denn? Pupp. Was geht denn da ab? Ja. Mehr Heilung habe ich nicht. Ein bisschen schlecht. Einfach draufhalten auf Reger. Einfach draufhalten. Äh. Ja. Ungeil. Stim Drohne. Kein Mann aufhören ist dem Drohne. Ist schlecht. Okay. Was du denn? So. Haben wir da erstmal wieder alle volle AP. Wo geht ich denn hin? Was machst du denn? So. Äh. Okay. Ich blick gerade nur bedingt durch. Aber ist alles gut. Ja. So muss das sein. Einmal alle. Alle weg genutzt. Jetzt schaffen wir auch zumindest noch die. Diese Türme hier. Ohne Probleme. Aber wir sind ja hier alle da. Ach Rainer. Rainer. Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht. Ach kacke. Kacke. Was machen die denn? Einmal ein Schlückchen trinken. Hm. Was scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hup. Hm 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 hm. Äh. Was macht das eigentlich? Ja. Das ist ja gut. Sehr schön. Ähm. Warte mal, 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 warte mal. Äh, das. Genau. So. Ja, sehr schön. Schönen Druck machen. Genau. Was machen die denn, was ist denn mit den NPCs da los? Das ist die, äh, hau ab. Puh. Äh. Das war nicht so schlau. Was war das denn, was war das denn von Zaga? Packt da alle Leute in ihr Ulti rein? Könnt gemütlich wegrennen. Macht sie aber nicht. Ach. Jetzt werdet ihr gegangt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, Freunde. Areina. So. Ist eh ein Bad, oder? Ist das Spielleute da. Erkennt man das irgendwie? Puh. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Ein fast toter Tazada. Was macht der denn? Wo will der hin? Ich komme, heil dich. Sehr schön, gut. Arcan bestrafen, Arcan bestrafen, rockt. Sehr schön, den kann ich halt leider nicht heilen, ne, ist schade, hmmm, ok, ja, sehr schön, hab ich Murky erwischt, obwohl ich es gar nicht wollte, nice. So, jetzt hauen wir hier einmal ein bisschen was in unsere Zargar rein, das hier mal ein bisschen Schaden hier macht. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Das ist unsere Raynor hier auch mal ein bisschen was aushält. Schmeiß da einmal eine Granate hin. Raynor, Raynor! Was machst du denn, Raynor? Genau, so. Hup! Willst du dich mit uns anlegen, Raymane? Das willst du, glaube ich, nicht. Zeige ich dir, wie es ist. Oh, heilen, heilen! Heilen! Ja, benachrichten wir die Angehörigen. Das ist aber auch schlecht platziert, Raynor. Ja, ich muss einmal ein bisschen Mana tanken, damit ich wieder gut heilen kann. Das wird sonst nix. Achso, ne, er portet sich. Das ist kein Problem. Wollen wir den noch? Weil der Tower ist ja... Die Zitadelle ist ja noch nicht. Beschadet. Beschadigt? Beschädigt! Beschadet! Meine Fresse, bin ich retarded. Ich bin retarded, bin ich. Der kann Schaden bekommen, ist ja krass. Okay. Hup! Ja, dann gehen wir doch auch mal mit dahin. Machen wir mal ein bisschen was mit, ne? Machen wir mal ein bisschen Schaden. Töten ein paar Creeps. Das ist schön. Sollen sie doch kommen. Oh, ja. Oh. Oh, 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 oh. Ich glaub, ich mach den hier. Boah, dann hab ich nämlich jetzt ein Schild. Und ich verbrauch keinen Mana. Ist das geil? ist das geil das ist geil ja und damit war es dann das gg würde ich sagen ja da habe ich mich gerade über meinen 20er skill gefreut naja egal hat ja trotzdem gut funktioniert und das murky leuchtet hinter dem arkan keine ahnung was das wäre ein bestrafer war es eis oder so naja da haben wir schon mal die ersten 800 gold und die nächsten 900 folgen nach dem nächsten spiel geil geil da kann ich mir einen fetten helden kaufen bis dann und dann und dann